Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Quickie mit Ingmar. Da gab es ein Quickie, Quickie Nummer 2, um ganz genau zu sein. Da ging es um die Ansteuerung eines Buchrats. Und das greife ich heute nochmal auf, weil ich eine kleine Verbesserung anbringen möchte. Und die geht mit der neuen Firmware 5.03 von Yeti derart einfach, dass ich euch die nicht vorenthalten möchte. Erst einmal zurück zu Quickie Nummer 2. Also wer es nicht gesehen hat, ist vielleicht ganz hilfreich, sich das nochmal anzuschauen. Grundsätzlich geht es um Folgendes. Das Servo, was ihr da vorne seht, repräsentiert jetzt gerade mein Bugrad. Wenn ich also hier lenke, lenke ich auch mein Bugrad. Wenn ich das Fahrwerk einfahre, was ich jetzt gerade mit dem Schalter SA gemacht habe, vorne ist bei mir eingefahren, hinten ist ausgefahren, dann wird das Bugrad lahmgelegt. So soll das auch sein. Und wenn ich das Fahrwerk wieder ausfahre, dann kann ich das Bugrad wieder lenken. So weit, so gut. Aber, Fahrwerk ist eingefahren, ich kann nicht lenken, das ist gut. Jetzt fahre ich das Fahrwerk aber voll in der Kurve aus. Ich habe also ziemlich viel Seitenruder drin und fahre jetzt auch Fahrwerk aus. Und bevor das Fahrwerk überhaupt eine Chance hat, sich aus seinem Fahrwerksschacht zu bewegen, geht das Servo bereits, oder das Bugrad, bereits auf Ausschlag. Das könnte sich da verklemmen. Also wäre es eine pfiffige Erweiterung, wenn es das nicht sofort tun würde, sondern eben mit einer gewissen Zeit erst wieder freigeschaltet wird. Also sprich, das Aktivieren des Bugrades mit einer Zeit verknüpfen. Sagen wir mal zwei, oder vielleicht macht man später sogar vier Sekunden, bis der Fahrwerksschacht wirklich offen ist und das Fahrwerk draußen ist. Und dann soll es sich erst wieder bewegen. Und da diese Änderung derart simpel ist, habe ich mir gedacht, das machen wir mal ganz schnell in einem neuen Quickie. Also gut. Was wir dazu brauchen, ist ein logischer Schalter. Die Dinger sind mit der Version 5.03 von Yeti derart aufgeblasen worden und einer Funktionalität vermehrt worden. Die Funktionalitäten, die es da drin gibt, das ist einfach nur phänomenal. Und das nutzen wir jetzt. Wir nehmen uns den L1, geben dem Kind einen Namen, und dann sagen wir mal Bugraddelay. So, aktivieren. Und da brauchen wir jetzt gar keine, also ein logischer Schalter ist ja immer irgendwas, womit man zwei Geber miteinander verknüpfen kann. Das tun wir in diesem Fall gar nicht. Wir haben nämlich nur einen Geber und das ist unser SA, also der Fahrwerksschalter. Aber die neuen logischen Schalter haben hier unten eine wahnsinnige Erweiterung erfahren, nämlich sie haben Delays bekommen. Und die nutzen wir heute schamlos aus. Also Geber, logischerweise, ist erstmal unser Fahrwerksschalter. So. Wie man hier unten ganz deutlich, das ist ja immer der Ausgang aus dem logischen Schalter, also das, was aus der Verknüpfung dort passiert, der folgt hier im Augenblick einfach unserem Schalter. Hat ja auch keinerlei weitere Verknüpfung. Das ändern wir jetzt. Jetzt muss ich selber erst überlegen, welche Seite ich denn hier hochdrehen muss. Wir werden es mal ausprobieren. Ich drehe jetzt einfach mal hier rauf. Und wir haben Fahrwerk ausgefahren. Jetzt würde er eine Verzögerung laufen lassen, wenn das Fahrwerk einfährt. Das ist gar nicht nötig, ganz im Gegenteil. Das ist sogar schädlich, weil er soll ja möglichst schnell aufhören zu lenken, damit er einfahren kann. Also an der Stelle müssen wir da schon mal nicht dran... Ops. Nein. Da kommen wir gleich zu. Hier drehen wir wieder auf 0. Und drehen hier, sagen wir mal... Machen wir mal 3 Sekunden. Irgendwo zwischen 2 und 4 wird man in der Realität wahrscheinlich liegen. Fahrwerk ist ausgefahren. Ich fahre das Fahrwerk ein. Moment, wir müssen hier gucken. Minus 100%. Er springt schlagartig auf plus 100%. Das ist gut. Er soll also sofort aufhören mit dem Lenken. Ich fahre das Fahrwerk wieder aus. Und jetzt fährt er stufenlos runter. So weit, so schön. Eigentlich ist das ja aber ein Schalter. Wieso gehen denn jetzt hier die Prozente so stufenlos? Auch ein Feature von dem neuen logischen Schalter-Dingsbums. Dieses kleine Symbol, dieses Unscheinbare, was man fast nicht wahrnimmt, das ist im Augenblick so eine Schräge. Da kann man auch drauf gehen und drauf klicken. Und jetzt ist das was Senkrechtes. Und jetzt haben wir aus dem eben proportionalen Wert einen digitalen gemacht. Fahrwerk ist ausgefahren. Wenn ich das Fahrwerk einfahre, springt der hier, hoffe ich, schlagartig aufs Häkchen. Tut er. Wenn ich das Fahrwerk wieder ausfahren möchte, sollte das hier drei Sekunden dauern, bis der Haken weg geht. Wunderbar. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. In dem Falle ein logischer Schalter. Jetzt haben wir eigentlich schon alles fertig. Jetzt müssen wir nur noch in unsere Dual-Rate-Einstellung gehen. Das ist, glaube ich, bei Feineinstellung. Da hatten wir für das Bugrad, was heißt hatten, haben wir immer noch, den Switch SA. Der hat nämlich, wenn er aktiv wurde, also Sprich, Fahrwerk ist eingefahren, das Dual-Rate für das Bugrad auf eine waagerechte Konstante gestellt, sodass sich da nichts mehr bewegt. Und wenn er da ist, ist es eine Expo-Kurve. So war das da. Dann gehen wir also in SA. Also wir wählen den neuen Schalter, löschen unseren Schalter SA und wählen jetzt unseren logischen Schalter Brake Delay anstelle dessen aus. So, mal gucken. Fahrwerk ist draußen, also müssten wir lenken können. Ja, können wir. Fahrwerk ist eingefahren, nichts mehr mit lenken. Fahrwerk wird ausgefahren und jetzt dauert es drei Sekunden, bis er uns die Kurve wieder freigibt. Wir gehen mal hier raus und schauen uns das Ganze live und in Farbe an. Fahrwerk ist draußen, ich kann lenken. Ich halte jetzt mal den Knüppel auf Ausschlag. Ich schalte auf Fahrwerk einfahren. Das Servo geht sofort in die Mitte, damit es sauber einfahren kann. Jetzt fliegen wir, da tut sich nichts am Bugrad. Ich halte jetzt wieder bewusst Seitenruder rein und schalte auf Fahrwerk ausfahren. Und jetzt braucht es genau drei Sekunden, bis das Fahrwerk draußen ist und dann kann ich wieder lenken. Das war die kleine Erweiterung, die total einfach zu implementieren ist mit den neuen logischen Schalter-Features, die Yeti uns da eingebaut hat. Ich finde das total genial und bedanke mich in diesem Falle für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir sehen uns bei dem nächsten Quickie wieder. Vielen Dank, ciao, ciao.